Willkommen zurück zu Katana Zero. Wir haben mit der Lütten hier einen Samurai-Film gesehen und sie ist dabei eingepennt und wir gehen jetzt einfach mal in den Kühlschrank und schauen wir mal, um was anderes können wir auch nicht ran. Ah ne, das ist das, was wir da hingelegt haben. Die VHS-Kassette. Kann man jetzt genauer anschauen. Bitte Gott, Leute, einer der Gefangenen sagt morgen in einer großen Verhandlung aus. Genau. Irgendwas mit einer Militärverschwörung oder so, richtig? Ich denke, richtig. Hätten wir vielleicht die Sicherheit verstärken sollen? Ne, ist vermutlich in Ordnung. Da kommt plötzlich er hier rein. Lisa, du bist still. Geben Sie jetzt auf. Was? Okay. Was zum Geheimnis? Okay. Mit der Ausgabe-Fähigkeiten. Aber habe ich nicht. So. Geht das auch hier? Bist du durch? Ja, geht. Aber auch nicht richtig. Kann ich rollen? Ich kann rollen. Hau mal. Wir haben auch die Zeitverlangsamung. Ah, ist doch nicht nah genug. Okay. Jetzt? Jetzt sieht besser aus. Okay. Nein! Warte, 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 warte. Ich muss noch ein Stückchen näher ran. Okay. Also erstmal nix. Das wird doch nix. Uah. Uah. Alter, mit dem kleinen Zeh. So. Wie schwer will ich's? Nein. Kacke. Ich krieg gerade null hin. Ich seh's, Mamu. drück auf die falschen Tasten. Und drück die Tasten auf zu spät. Was machst du denn? Nur Scheiße mache ich. Ja, ich weiß. Okay. Okay. Ich sterbe. Noo. Zu weit. Willst du mich verarschen? Nochmal zu weit. Na klar. Hau zu. Genau. Genau. Nein. Bin ich mit meinem Finger auf der Rollentaste eingeschlafen. Dadurch hat er mehrere Rollen gemacht. Oh. Kade. Dadurch könnte er im Rollen halt dann diese Fähigkeit nicht verwenden. Aber nein. 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 Warte. Nein. 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 Ach, weil die Zeitlupe leer war. Deswegen ist er da rausgegangen. Okay. Oh. Ich glaube, wir brauchen immer klarkommen hier. Neue Vielkeit, okay. Und ich versage an jeder Stelle. Oh. Oh. Er wollte auch nicht zuhauen. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ich komme nicht voran gerade. Dezent ärgerlich. Wieso hing ich denn jetzt an Enke? Weil du ihn nicht richtig hingeguckt hast. Okay. Oh. Jetzt haben wir gerade alles nicht drin. Gerade kriege ich nichts hin. Oh. Er braucht so lange zum zuhauen. Das ist der Wahnsinn. So. Kurz ein bisschen Energie auftanken. Und dann geht es mutterfällig weiter. Wir warten noch auf Laser oben. Okay. Jetzt. Drei. So. Endlich durch diesen Abschnitt durch. Einer weniger. Jetzt. Wieso brauchst du so lange zum zuhauen? Der andere war auch nicht an, das war so lange. Wirklich nicht. Okay. Von hinten ein Schoß in den Kopf. Von hinten ein Schoß in den Kopf. Wieso? Der braucht so ewig zum zuhauen. Völlig mit dem anderen Charakter, weißt du? Und manchmal auch wieder nicht. Das war doof. Das war einfach nur falsch gezielt. Das war auch scheiße. Das war auch scheiße. Alter. Alter. Ich heme mal auf diese Zuschlagtaste ein. Und er macht nix. Ob das damit zusammenhängt, wenn er hier diesen Move gemacht hat, dass er dann erstmal ein bisschen braucht? Oder wie ist das? Alter. So. So. Fresse Flick hier. Nein. Okay. Ja. Okay. Tanken wir mal ein bisschen Energie auf, bevor es hier weitergeht. Hoffen wir, dass wir das jetzt hier durchkriegen, ohne Probleme zu haben. Gehen wir jetzt erst unten? Ich glaube, ja. Okay, das sieht ganz gut aus. Jetzt an denen da links. Das hängt wohl mit dieser Fähigkeit irgendwie zusammen, warum er es so braucht. Nee, das klappt so nicht. Okay. Okay. Jetzt haben wir es. Oh. Nicht schön, aber selten. Jo. Also, der Luft abgeprallt und dann konnte es ja nix werden. Okay. Mit Geduld in Spucke. Ähm. D-d-d-double-Kill. Bitte warten. Gegner wird umgehauen. Genau. Jetzt. Nein. Wie viele Gegner willst du? Ich weiß noch nicht. Warum? Ich weiß noch nicht. Mist. Oh. Blöd. Das hätte eigentlich auch in die Hose gehen sollen, aber hat es nicht. Schuss von ihm konnte ich nicht mehr ablenken. Nein. Jetzt. Ja. Ja. Tof, 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 tof. Wenn man den Tod langsam auf sich zukommen sieht, ne? Nein. Ja. 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 Okay. Komm, wo kommt er jetzt? Nein! Ach, kacke! Ja. Ja, okay. Eigentlich so ein bisschen Energieauftankung wieder. Wir gehen mal langsam in die andere Richtung. In Hoffnung, dass es klappt. Ja, sieht gut aus bislang. Wir gehen mal so rüber, ist besser. War knapp, aber hat funktioniert. Wir sind da, wenn auch. Wer sind? Geben Sie mir jetzt den Namen oder sterben Sie? Ich sitze seit sieben Jahren in der Zelle. Ich weiß nichts mehr. Tun Sie mir nicht weh. Hören Sie auf, den Feigling zu spielen und sagen Sie mir, was ich wissen will. Äh, 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 Josh Morris? Tod. Omaha Al-Kazim? Al-Kazim. Ist er derjenige, der Sie wieder auflegt? Haben diese russische Schläger oder diese Ninja-Frau etwas mit ihm zu schaffen? Äh, äh, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich wusste nicht, dass irgendwer versuchte, Kronos neu aufzulegen. Ich hab nur mit meinem gesetzlichen Vertreter gesprochen in diesen letzten sieben Jahren. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist nicht die Regierung. Und meine Schätzung zufolge gibt es nur sehr wenige Stellen, die die Ressourcen hätten, Kronos zu produzieren. Al-Kazim wird Bescheid wissen. Kontaktieren Sie ihn. Und, und Leon von Alvins Leben. Er ist derjenige, der Kronos gemacht hat. Er wird Bescheid wissen. Das ist es, was ich wissen wollte. Bitte töten Sie mich nicht. Ihr Prozess ist eine Farce. Morgen sterben Sie sowieso. Okay. Noch zwei Tage. Schon wieder geschlossen? Oder Zutritt verwehrt? Leon von Alvins Leben. Schlachtruf und Fleischverarbeitung. Dritte Bezirk. Was? Sie werden Antworten auf Ihre Fragen erhalten. Okay. Ich habe so viele Fragen. Meatgrinder. Der Schlachtruf. Ich habe jetzt aber nicht diese super-duper-Fähigkeit, ne? Kann halt nicht. Easy. 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 Stay tuned von Important Announcement. Dass ich Besuch gehabt habe, ist einige Zeit her. Ich bin ganz begeistert. Diese traurige Anlage war früher einmal das Testgebiet für das Null-Projekt. New Meccas vielversprechendste Soldaten und Wissenschaftler mussten meinen Parcours durchlaufen, um ihre Eignung für ihren Verwendungszweck festzustellen. Was? Schauen wir mal, wie geeignet sie sind. Dem ausweichen easy. Interessant. Machen sie weiter. Okay. Das war ja noch nicht sonderlich schwer. Das ist jetzt die ganze Zeit hier irgendwo fahren, Kreuz. Ich hoffe nicht. Hallo? Was? Das geht mir gerade alles ein bisschen zu schnell. Ach, da lebt ja noch einer. Okay. Also hier muss ich schon mit Zeit und vor rein. damit ich das hier gegenschleudern kann. Okay. Okay. Och, scheiße. Genau reingelaufen. Immer steht hier ein anderer. Auch ganz schön. Ach. Ich bin in Flammen aufgegangen. Okay. Nicht okay. Okay. Können Sie mal ran an die Tür. Oder halt auch nicht. Okay. Okay. Warum? Ich würde manchmal gerne in Zeitlupe einfach meine Methode verstehen. Kacke. Ja, das sieht gut aus. Warum? Achso, weil da ein Schuss war. So wie hier. Klär noch nicht dazu manchmal, ne? Was? Okay. Nochmal okay. Nicht mehr okay. Das war zu früh. So, angeben's. Wieso hat das... Achso, er hat da drauf geschossen. Natürlich unschön. So eine Eile hier irgendwie was zu sehen, verstehen und zu machen. Aber es hat nicht so diesen mega krassen Krustfaktor wie viele alte Spiele zum Beispiel. Und du verstehst, was ich meine. Bähääh. Okay. Ja, okay. Okay, das war's. Wir sind durch. So, das ist den Abschnitt. So. Und wie das dann von hier aus weitergeht mit den super lustigen Lasern, finden wir auch was in der nächsten Folge von Katana Zero, wenn ich dann immer noch aus dem Nichts abgeschossen werde. Bis dahin. Viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis denn. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.